Wiener International Airport WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ja, da bist du ein Träger. Das ist ein Krasse, ich habe vier Hühner zu essen. Ja. Weshalb wir da nicht? Nein, wir werden da nicht. Ja, an dem her gut als ich. Ja, an dem her gut als ich. In Kürze erreichen wir 10 Kreis Gatte. Sehr gewirrte Frage. Okay. Ist da Angst? Ja. 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 Nein, 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 nein. Mach so von Spiele oder so. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Er hat den gut geworden, ich will, er hat den gut geworden. Was ist der aus TUG? Der ist auch ungekehrt. Er hat den gut gesagt. Wir haben einen kleinen Knie gemacht. Wir haben einen kleinen Knie gemacht. So ist es eine Erregung der klassischen Knie. Wo soll ich ... Wenn ich meinen, dass ich dann noch eine Erregung fühle. Das ist nicht so. Sie ist doch lustig. Ja das ist, ein bisschen schwierig zu machen. Sie ist auch lustig, oder? Sie ist lustig? Hat sie sich nicht? g naja. Sie ist und schlafen es nicht nur? Sie lassen sich nicht so. Oh mein Gott, auf diesem Blick hab ich gesehen. Genau so gehört der, genau so. Der ist sehr toll. Also Maschallah, ich geh nicht drauf auf jeden Fall. Weißt du, er weiß, dass ich mit dem... Ich steuern auf alles, er weiß, dass ich ihn gehönt über die Länder und das nur die Namen und so. Und ja, ich lass jetzt noch ein bisschen, sie muss mir helfen. Ich mach mal den Topf leider. Das ist müde. Der ist so nett. In Kürze erreichen wir den Fahrverstern. 1, 2, Vorsicht, wir machen ein Stein. Find the dam. Der ist sehr gut gegangen. Ja, ich hab dir einfach gesagt, wie du es bekommst. Ich muss sagen, ich bin der Post-Adent, aber ich wollte es mir nicht zuhören. Ich bin der Post-Adent, aber ich wollte es mir nicht zuhören. Ich bin der Post-Adent. Ich bin der Post-Adent. Was ist das, was ich gelernt habe? Ich bin im 2 Uhr auch schlafen, ich bin gleich zum Schlaf. Hast du was gelernt? Soll ich sagen?